Ah, okay, ich glaube, jetzt ist hier alles eingestürzt. Ist das ein Sandstorm? Nee. Das klingt, glaube ich, jetzt eine ganz schöne Weile so. Können wir wieder auf den Knopf drücken? Hier gibt es nichts. Nein, der Knopf ist kaputt. Mal sagen. Oder auch nicht. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Das kann ja mal absolut überhaupt nichts Gutes bedeuten. Ja, nee, war schon sehr unerfällig, dieses Schild. Very exciting to show you. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. I'm very proud to announce for the first time ever, The Stanley Parable 2. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully-fledged sequel. An entirely new experience built from the ground up. Why there are so many possibilities? It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Calling it The Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But The Stanley Parable 2. Now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. Yeah. Yeah. They have been at least for the sync upgrade. They have been at least 98. Yeah. They have been at least for the sync upgrade. The other thing is at least a modern time. The oldest millennial computer. The best powerpoint indeed. That's absurd. Das ist ein bescheuertes Konzept. Das ist nicht gut. Ich muss direkt hier drin. Noch Screenshots? Ich werde gleich so etwas voran machen. Mal gucken, was passiert. Ich kann das Screenshot machen. Das sind beide absolut bescheuert. Sie wissen, manchmal, wenn du eine andere Meinung hast, das macht dich herausfinden, dass du wunderschönst, welcher du wirklich wollte, allgemein. Happy 12th birthday, Stebniece. Es ist. Oder in Wahrheit, vielleicht sollte ich mit... Nein. Nein, ich habe meine Entscheidung gemacht. Wir gehen weiter. Ich glaube, ich werde gleich so etwas voran verarscht. Ich werde gleich entführt. Nun, hier ist etwas Besonderes. Sie erinnern, dass du das gescheuertes Konzept, das in der Spiel auf accident wurde? Nun, ich habe eine Technologie entwickelt, um dir das Konzept zu geben. Ja. Sie sehen, du kommst zu diesem Lever und wenn du es holst, wird das Konzept zu dir gegeben. Es ist so einfach als das. Vielleicht bekomme ich ja dieses Achievement erst, wenn ich das einfach ignoriere. Was noch? Welche Exhibitionen haben wir noch nicht gesehen? Doch nicht. Ich muss doch noch den Tablet abnehmen. Okay, vielleicht sollte ich es klargestellt haben. Das ist Technologie, die wird existieren. Gerade jetzt ist die Achievementung noch vollständig gebrochen. Ich bin nicht ein Wälder, aber ich versuche, es wird in der Sequel geschehen. und ich versuche, die Hordes von ravenen Fans in der Welt, die aufgeräumt haben sie das Geräusch Gamer, wir hören, und ich versuche, es wird passieren. Ich versuche, die erste wieder zu Ende des mit mir. Ich versuche, die Einzelnen wieder zu Ende des und mit mir. Das ist auch ein Wälder. Das ist ein Wälder, der erste wieder zu Ende des und mit mir. In dem Fall schon, wa? Ein endliches Loch. Weiß gar nicht, was ich mir hier noch alles angucken soll. Mir gar nicht mehr hinterher. Wir beginnen mit dem Halt. Ich habe ihn mit dem Halt. Puh. Die Halt ist wichtig. Und oben. Schrei. Vielen Dank.